Ruhig. Ist es registriert? Ja, ist es registriert. Zurücksetzen. Drei, zwei, eins, go. Skiral Supercharger Loading. Zieh. Zwei A, zwei B. Perfekt. Ja, wie geht das? Ja, der ist noch kurz wieder runter und hoch. 25 Prozent. So muss es sein. Wie viel haben wir? 100, 100, 10, 116. Jawohl. So muss es sein. Ja, so ist es in Ordnung. Der pusht jetzt aber durch. 166. Wir gehen jetzt so lange, bis er auf 115 ist. Und dann gehen wir runter. Wir brauchen hier eigentlich nur 7,5 Kilowattstunden. Aber wir machen so ungefähr 18 oder so rein. Weil ich brauche für den nächsten Stint insgesamt 35. Für beide nächsten Stints. Aber ich habe keinen Bock 35 am nächsten zu laden. Mache ich lieber 20, 20. Das wäre es effizienter. Und wir haben dann 40 Kilowattstunden geladen. Statt nur 35 mit maximaler Effizienz. Und darum geht es uns. Jawohl, 118. Warum hast du die sowas eigentlich so weit unter der Brust? Damit meine Nippel besser betont werden. Ja, auch. Habt ihr auch noch eine? Ja. Wenn die höher wären hier, das wäre richtig cool. Wir können den Kran abschneiden, diese Versetzung, den Kran. Ein Baufreiser. So weit. 118. Hast du mich gekriegt? Ein Kunde will ein Auto bringen zum Beschrift. Der Supercharger ist ziemlich gut. Charging mit 118 Kilowatts. Freitag. Meine Frau sagt, vorher geht es nicht. Mein Mann ist unterwegs. Und Patrick war schon mit dem Tesla, ne? Ah, mein Mann fährt da mit. Ich kenne das Projekt. Wir kennen das Projekt. Der hat es gelust. Wir sind zum Motorsport mit. Und die sind da... Geil. Toll. Voll dabei. Wussten nicht. Machst du ihr Mann für da mit? Super. Sehr gut. Das ist schön. Ich liebe es, wenn 118 Kilo... Leute, das Wichtigste ist der Kran. Mit welchen Hüften. Wir gehen nach zwei Kranen. Unter was? Unter die... 25 Prozent. Das ist schön. Das ist schön. mit. Das ist schön. Ich muss auf, dass wir es der Farbe gemacht hat. Das ist so fest, es geht die Farbe mit runter. Nein, nein. Jetzt hat er super gemacht, world record. Immer noch mit 118. Still loading with 118 kilowatts. Was ist das? Nice, Tesla. Boah, schön 118 reingeflutet, Junge. 7 Kilowattstunden sind schon drin. Hammer, einfach Hammer. Ja, wir brauchen nur 7,5. Also wir werden jetzt wieder ankommen mit 25 Prozent. Wir laden jetzt noch rein, solange 118 sind. Alles, was über 115 ist, nehmen wir mit, okay? 115 Karten, ja? Entschuldigung, wie viel brauchen die Karte? Die, die wir brauchen, haben wir jetzt schon. Aber wir machen Tops. Weil ich werde niemals einen Supercharger abziehen, wenn ich gerade mit 118 Kilowatt fluche. Oder? Ich werde den nur als einen Supercharger wegziehen, der mit 118 Kilowatt fluchtig. 117, 116. 117, 118. 118, 116, 118. Ja, ein Mal? Ich ziehe auch die Puhilinpuß. Was ist der Toilet? 15 kilowattstunden insgesamt brauchen wir 28 und 37 36 kilowattstunden 18 und 18 wären schlecht 18 18 19 20 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 21 schön sieben minuten ladezeit 116, sauber 15 kg Ah, wunderschön, wunderschön. Wir müssen mal gucken, dass wir morgen einen Schauer bekommen. Oder für heute Abend irgendwo, ne? Wir kommen heute noch aus Norwegen raus, ne? Und über Nacht sind wir hier morgens vor dem Tag in Deutschland. Ja. Wird ja auch mal Zeit, ne? Ich habe jeden Tag in Deutschland. Ich habe jeden Tag in Deutschland. Ich habe jeden Tag in Deutschland. 15 bis zum 18.000 kmh, ja wir müssen bis 18.000 kmh, 115.000 kmh kommt jetzt auch noch statt in der Zeit lang es werden noch 18, 19 Kilowattstunden reingehen, das sollten wir auch mitnehmen 18 Kilowattstunden sauber hast du schon noch 14 gehabt? nein ah 16 grad noch nicht still charging, going for the max 14 grad? 14 klein ding 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 warte warte, warte noch ein Moment warte bis auf 19 kmh, führst du dann mal einen Brake, ok? ok, got it 19 5, 4, 3, 2, 1 10, 32, 73 heading to the next stop 16 16